Was du nicht sagst. Oh, alles in Ordnung? Entschuldige bitte. Nett, dass du fragst. In Zukunft könntest du solche Landungen vielleicht vermeiden. Hier, das ist es, wo wir drüber gefahren sind. Eine Uhr. Tick-Tack-Tick-Tack. Ich mag dieses Getick-Tacke nicht. Komm, lass uns lieber wieder gehen. Warte. Ich glaube, dieses Ticken führt uns zum Tor des Planeten. Ha, es ist genau hier. Wo soll denn hier ein Tor sein? Schließ deine Augen, dann wirst du es sehen. B-546. Hast du das gehört? Das klingt doch nicht normal. Finde ich auch und darum werden wir jetzt gehen. Du hast recht, gehen wir und zwar rein. Äh, stopp, halt. Ich meinte, wir sollten einen Abflug machen. Hm, also gut. Offensichtlich ist mein Fuchsinstinkt nicht mehr das, was er mal war. Dieser Planet ist ja wirklich ganz wunderbar. Schuss, hör mal. Ja, wie denn, was denn? Was soll ich denn hören? Ich höre gar nichts. Nicht mal dieses Tick-Tack. Ganz genau. Hier ist absolut nichts zu hören. Rein gar nichts. Kein Tier, kein Insekt. Ich höre nicht mal den Wind. Kein Geräusch. Nicht der kleinste Laut. Man sollte eben doch immer seinen Instinkten vertrauen. Da drüben ist ein Weg. Hör auf zu maulen und komm. Ja, nein. Wir könnten doch zu dem Tor. Jetzt ist es weg.